Herzlich Willkommen zum 18. Türchen des Magitex Adventskalenders. Ich bin euer PexenWidthet und wir öffnen heute gemeinsam Zidnays. Auf jeden Fall machen wir das Türchen einfach mal auf und da staren uns wieder zwei Karten an. Da haben wir zum einen einen Mittelfeldspieler vom HSV, da haben wir ihn via Valon Brami mit 75 Abwehr, 47 Angriff, Kartennummer 116. Das ist ein Top-Marktwert, liegt bei 8,5 Millionen. Das ist die eine Karte und die andere Karte haben wir dieses Mal sogar eine Wehr-Karte drin, beziehungsweise eine Power-Karte, nämlich eine Club-Karte. Und die Club-Karte ist vom FC Bayern München, vom Rekordmeister. Die Kartennummer ist die 235 Abwehr, Plus 5, Angriff, Plus 5 und eine kleine Pimp-Karte. Auf jeden Fall ja auch mal nice, dass wir endlich eine Power-Karte drin haben, nämlich im 12. Türchen hatten wir, glaube ich, unsere zweite Power-Karte. Gerade mal drin und das war aber gleich ein Schlup 100, aber ich glaube, das ist in jedem Adventskalender so. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, schaltet auch morgen wieder rein beim 19. Türchen. Hier Fabian von Bochum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, euer Pex und Leute. Tschüssi-Kopf-Ki. Tschau!